War Paulus ein Verfälscher der Lehre Jesu? Galater 1, Vers 1-5 Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galazien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahin gegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Über den Apostel Paulus wird heutzutage viel geschrieben und behauptet und angenommen. Man wirft ihm vor, über das hinaus zu gehen, was Jesus Christus lehrte. Und man sagt, er ist dem Sohn Gottes ja auch nie begegnet. Man sagt ihm nach, aus purem Eigeninteresse sich selbst zum Apostel gemacht zu haben. Aber stimmt das mit dem überein, was die Bibel lehrt? Konnte Paulus wissen, dass seine Briefe einmal ein wesentlicher Bestandteil des Neuen Testamentes werden? Das glaube ich kaum. Paulus war ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, Philippa 3, 5. Sein hebräischer Name war Saulus, sein römischer Name Paulus. Apostelgeschichte 9, 17, 2. Petrus 3, 15. Paulus wurde in Tarsus, einer bekannten Stadt in Zizien, geboren. Apostelgeschichte 21, 39. Er war von Geburt römischer Bürger, Apostelgeschichte 22, 28. Dieser Paulus hatte eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus nach dessen Auferstehung, als er auf dem Weg nach Damaskus war, um die Christen zu verhaften, zu verfolgen. Von daher stimmt es nicht, dass er ihn nicht persönlich kannte. Sie redeten sogar miteinander. Er kannte ihn vielleicht nicht zu Lebzeiten, aber nach seiner Auferstehung ist er ihm begegnet. Das steht geschrieben in der Bibel und die Bibel sagt die Wahrheit 100%. In Apostelgeschichte 22, 6-8 können wir entsprechend nachlesen. Da heißt es, Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, da mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte, und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Ich aber antwortete, »Wer bist du, Herr?« Und er sprach zu mir, »Ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst.« Ein Apostel zu sein, bedeutet inhaltlich ein Gesandter mit Auftrag zu sein. Dies traf auf die zwölf Jünger und Paulus zu. Er erblindete bei der Begegnung mit Jesus und musste deshalb an der Hand nach Damaskus geführt werden, Apostelgeschichte 9, 3-8, Apostelgeschichte 22, 6-11 und Kapitel 26, Verse 12-18 nachzulesen. Die Tage danach aß und trank er nichts. Als er dann im Haus eines gewissen Judas in Damaskus betete, sah er in einer Vision, wie Ananias, ein jünger Christi, hereinkam und sein Augenlicht wiederherstellte. Als die Vision Wirklichkeit wurde, ließ Paulus sich taufen, empfing den Heiligen Geist, aß etwas und kam wieder zu Kräften, Apostelgeschichte 9, 9-19. John MacArthur schreibt, Nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Um seine Apostelschaft vor den Angriffen der falschen Lehrer zu verteidigen, betont Paulus, dass Christus selbst ihn als Apostel eingesetzt hat, bevor er die anderen Apostel kennenlernte. Vergleiche Vers 17, 18, Apostelgeschichte 9, 3-9. Auferdeckt hat aus den Toten. Paulus fügt diese wichtige Tatsache an, um zu zeigen, dass der auferstandene und aufgefahrene Christus selbst ihn eingesetzt hat. Daher erfüllte Paulus die Anforderungen, ein Zeuge der Auferstehung Jesu zu sein. Apostelgeschichte 1, 22, soweit. Der Glaube hat als Grundlage das Evangelium von der Vergebung der Sünden durch Jesus Christus. Darauf beruft sich Paulus in seinen neutestamentlichen Briefen. Aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern legt Gewicht auf die Nachfolge, das Gemeindeleben, den Umgang miteinander und das Verhalten in der Welt, sowie die gesunde biblische Lehre. Er wurde von Jesus selbst zum Apostel erwählt und autorisiert durch den Heiligen Geist. Allein darauf beruft er sich. Wer das so im Geiste verstanden und akzeptiert hat, wird nicht davon ausgehen wollen und können, dass Paulus hier eigene Wege verfolgte oder über das hinausging, was Jesus Christus lehrte. Sein Eigenwille, das was er vorhatte, war nämlich die Christen zu verfolgen und ihnen nach Damaskus hinterherzureisen, um sie zu verhaften. Das war seine Absicht und nicht das, was dann tatsächlich geschehen ist. Wer Paulus und Jesus auseinander dividieren will, hat nicht viel verstanden von dem, was uns die Bibel und speziell die Evangelien an Informationen weiterreicht und uns lehrt und unterweist. William MacDonald schreibt, Zu Beginn des Briefes betont Paulus, dass seine Berufung als Apostel göttlich ist. Sie geschah nicht von Menschen, auch nicht durch eine Offenbarung Gottes durch einen Menschen. Sie geschah direkt durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Jemand, der so direkt von Gott berufen ist und nur Gott verantwortlich ist, hat die Freiheit, die Botschaft Gottes ohne Menschenfurcht zu predigen. Deshalb war der Apostel von den zwölf Aposteln und allen anderen unabhängig, sowohl in seiner Verkündigung als auch in seinem Dienst. Paulus war vom auferstandenen Christus berufen worden, im Gegensatz zu den zwölf Aposteln, die vom Herrn Jesus während seines irdischen Dienstes berufen wurden. Von seiner Berufung an spielte die Auferstehung eine wichtige Rolle in seiner Verkündigung soweit. Paulus war definitiv ein gesegnetes Werkzeug Gottes, von dessen Arbeit, Hingabe und Liebe bis heute die Christen profitieren und dessen Mut, Erkenntnis und Selbstverleugnung beispielgebend ist. Er war oft angefochten und heftig bedrängt, aber das nahm er zum Anlass, um seine Glaubensgeschwister in ihrer Trübsal zu trösten, sie zu stützen und aufzurichten und ihnen Mut zu machen, sich in allen Umständen ganz auf den auferstandenen Sohn Gottes Jesus Christus zu verlassen, komme was wolle, und hierin ist er uns ein Vorbild geworden. In 2. Korinther, Kapitel 1, in den Versen 3 bis 11 steht folgendes. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost, denn wir wollen euch Brüder nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, das wir übermäßig schwer zu tragen hatten über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird, wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unsere Willen. In einem Kommentar bei Enduring Word steht folgendes. Paulus Apostel Diese Betonung der Legitimation des Paulus als Apostel ist wichtig. Paulus hatte deutliche Worte für diese Galater und sie mussten verstehen, dass er mit Autorität schrieb und zwar mit apostolischer Autorität. Paulus erwartete, dass die Christen seine Autorität als Apostel Jesu Christi respektierten. Das Wort Apostel, so wie Paulus es hier verwendet, bezieht sich nicht nur auf jemanden, der eine Botschaft zu verkündigen hat, sondern auf einen ernannten Repräsentanten mit offiziellem Status, der mit dem Beglaubigungsschreiben seines Amtes ausgestattet ist. Es ist unsere Pflicht, gleich wie die Autorität des Paulus als Apostel zu respektieren. Wir tun dies, indem wir diesen alten Brief als Wort Gottes betrachten und ihn uns ernsthaft zu Herzen nehmen. Nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater. Die Berufung des Paulus als Apostel kam weder von Menschen, noch kam sie durch Menschen. Sie ging nicht von Menschen aus und sie kam auch nicht durch Menschen. Sie hatte ihren Ursprung in Gott und kam direkt von Gott. Seine Stellung als Apostel beruhte nicht auf Meinungsumfragen und sie kam auch nicht von einem menschlichen Konzil. Sie beruhte auf einem göttlichen Ruf, der sowohl vom Vater als auch vom Sohn ausging. Die Deutlichkeit, mit der Paulus die Berufung durch Menschen verneint, ist auf den Vorwurf zurückzuführen, dass Paulus kein echter Apostel sei, weil er nicht einer der Zwölf war. Als ich ein junger Mann war, dachte ich, Paulus mache zu viel Aufhebens um seine Berufung. Ich verstand seine Absicht nicht. Damals war mir die Bedeutung des geistlichen Amtes nicht klar. Wir preisen unsere Berufung nicht, um Ruhm unter den Menschen zu erlangen oder Geld oder Befriedigung oder Gunst, sondern weil die Menschen sicher sein müssen, dass die Worte, die wir sprechen, Gottes Worte sind. Das ist kein sündiger Stolz. Es ist heiliger Stolz. Zitat von Martin Luther Soweit Lassen wir uns nicht von fanatischen Paulus-Gegnern, die sich trotzdem Christen nennen, die gesunde Lehre der Bibel, die nachweislich Paulus im Geiste Christi prägte, vernebeln und schlecht reden. Leider gibt es solche vermeintlich gläubige Menschen, die meinen, dass das, was Paulus verkündigte und predigte, im Widerspruch zur Lehre Jesu stünde. Aber wie blind muss man sein, um so etwas zu behaupten? Paulus wähnte sich vor diesen Ereignissen auf dem Weg nach Damaskus als Verfechter der Wahrheit und als Bollwerk und strenger Hüter der Gesetze Gottes. In Wahrheit hatte er keinen blassen Schimmer und tappte im Dunkeln. Und deswegen wurde er auch blind, nachdem Jesus ihm begegnete, ist, damit er genau das auch spürbar und erlebbar feststellen konnte bei sich selbst, dass er blind war. Er ging in die falsche Richtung. Eine harte Lektion für einen Pharisäer. War nun sein ganzes Leben, sein Arbeiten und Studieren umsonst Schall und Rauch? Nein, Paulus bekehrte sich durch Jesus. Er kehrte um, um von seinen falschen Wegen den richtigen Weg einzuschlagen und verkündigte das Evangelium im Auftrag von Jesus Christus. Er bekam den Heiligen Geist. Er bekam Vollmacht. Und was das bewirkte, das haben wir heute alles in der Hand, in den Briefen, in der Bibel und können darin absolut den Willen Gottes erkennen. Und das deckt sich 100% mit dem, was Jesus Christus auch lehrte. Paulus lehrte mit Überzeugungskraft und Weisheit, die bis heute seinesgleichen sucht, in der Christenheit. Es wäre gut, wenn es auch heute noch solche Menschen wie Paulus geben würde. Zudem war er brutal ehrlich und brachte die Dinge auch stets auf den Punkt. Es ist unheimlich viel auf Paulus eingeprasselt, vor seiner Bekehrung und auch danach. Und er hat viele Anfechtungen erleben müssen, hatte Probleme und Bedrängnisse. Aber letztlich haben ihn all diese Erfahrungen doch näher zu Jesus hingezogen. Und seine Leiden haben ihn doch letztlich Jesus groß gemacht in seinem Herzen, in seiner Seele. Und er wollte nichts anderes mehr wissen und verkündigen als diesen Jesus Christus, und zwar als gekreuzigt. Und selbst, was man äußerlich als Erfolg verbuchen konnte in seinem Leben als Pharisäer, hat er gerne eingetauscht gegen das Leid, weil er Jesus Christus als den erkannte und erfahren hatte, der er war. Das war ihm letztlich alles wert. In Philipper 3, Vers 7-9 schrieb er folgendes. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Schreibt und redet jemand so, der Jesus Christus nicht in Herz und Seele hat und sein Leben für ihn geben würde und das er letztlich auch getan hat durch seinen Märtyrer-Tod, der Jesus Christus von Herzen liebte und ihm nachfolgte und sich vor ihm demütigte. Kann so jemand eine Lehre erfinden, die im Widerspruch zu dem steht, was Jesus Christus diesem Mann geworden ist, Ich kann mich nur wiederholen, wie blind kann man sein, zu behaupten, dass Paulus ein falscher Prophet, ein falscher Apostel war und die Lehre Jesu verfälscht hätte. Das ist absolut unsinnig und letztlich auch nur ein Angriff von unten, von Menschen, die ahnungslos sind, die keine Ahnung haben, die den Heiligen Geist nicht haben. Aber wir dürfen uns an das halten, was in der Bibel geschrieben steht und auch was Paulus in seinen Briefen an die Gemeinden geschrieben hat. Dort wird Christus verherrlicht, dort wird sein Werk am Kreuz betont und dass er für die Sünden sein kostbares, sündloses Leben gelassen hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, Frieden mit Gott hat, von seinen Sünden erlöst ist und damit Sünde, Tod und Teufel besiegt hat in Jesus Christus. Und das ist genau das, was Paulus verkündigte und nichts anderes. Gott segne, behüte und bewahre euch, erstärke euch an Körper, Geist und Seele und sei mit euch. Amen. Vertraue und glaube, Vertraue und glaube, Vertraue und glaube,